An alle Freunde, die PCs mögen. Ich habe die Kamera jetzt ein bisschen hoch eingestellt, weil das ist jetzt ein Motherboard. Ich habe natürlich genügend von diesen Computern und auf diesen ganzen Computern ist kein TCM möglich. TCM 2.0, kein Slot, nix. Und deswegen kann ich darauf kein Win 11 packen. Ich habe also meine etliche Motherboards hier angesehen und ist nicht möglich. Kein TCM-i. Tja, bedeutet ein Bias-Debug, könnte ich zwar draufpacken, ein Bias-Debug, das könnte ich noch alles draufpacken. Alles mögliche. Ein 25 MHz könnte ich einsetzen, was das immer darstellen sollte. So, so fühlt sich dann auch ein Laie. Nicht jeder kennt Computer und nicht jeder kann Computer und nicht jeder kann Computer basteln, bauen oder sonst was. Das ist ein völlig normaler hier. Das ist ein Atom-Insight. Ein ganz einfacher. Er macht seine Arbeit. Hat 2 GB RAM. Alles intern. Hat leider noch eine richtig schöne alte Festplatte. Wenn jetzt hier eine SSD drin wäre, würde alles viel schneller gehen. Auch dann würde dieser hier einigermaßen arbeiten. Aber mit diesen alten halt arbeiten die sowieso, wie sie wollen. Dann hat er natürlich noch ein normales DVD drin. Aber wie gesagt, ich habe jetzt alle untersucht. Ich habe mir alle angesehen. Und keiner, wirklich keiner hat die Möglichkeit, dass ich nachrüsten könnte. Mal gucken. Also ich habe verschiedene Sachen hier. Ein COM-1 könnte ich setzen. Ein COM-2 könnte ich setzen. Das ist das. Ihr kennt ja immer alles besser. Ist ja klar. Ihr haut mir sofort einen wieder zwischen die Zwiebeln. Aber egal. Das ist ein IPX-7A-Ion. I-O-N. I-O-N. Motherboard. Und wie gesagt, wir haben diese mal bekommen. Und wir haben jetzt festgestellt, egal was wir bekommen haben. Egal welchen Rechner wir bekommen haben, ist nicht nachrüstbar. Ja. Und somit würde also Win-11 so, wie die das haben wollen, nicht funktionieren. Aber wir werden es sicherlich funktional bekommen, durch jemanden, der Zeit hat, uns einen Stick zu machen, dass überall Win-11 laufen kann, wenn es benötigt wird. Im Moment wird nicht benötigt. Überall läuft auch auf diesem hier Win-10 einwandfrei. Wir haben sogar nachgerüstet. Wir haben konfiguriert, denke ich, mit Skazio. Wenn wir eine SSD einsetzen, dann geht das erst recht sehr schnell. Wir haben hier bei dem i7 hier nebenan auch eine SSD drin. Das geht, ist Windows da. Wie gesagt, Windows 10. Kein Ärger. Wir haben keinen Ärger mit Windows 10.